Snake Cobra Die schockierendste Kinoattacke auf die Nerven der Zuschauer Was wollen Sie denn hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen! Snake Cobra Ein Wissenschaftler wird zur Bestie Es tut mir leid, aber ich muss dir nochmal wehtun Es ist der letzte Schritt in dein neues Leben Dein armseliges und trauriges Dasein als Mensch endet hiermit Ein neuer Weg, der Weg in die Zukunft liegt vor dir David! 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 Was hast du denn, Christina? Ich wollte zu David rein, aber er hat sich eingeschlossen David will allein sein, er möchte niemanden sehen Sein Gesicht hat sich ein wenig verändert Eine ganz natürliche Reaktion im Verlauf des Immunisierungsprozesses Ja, aber auch irgendwas verbirgst du doch von mir Das seh ich doch! Hey! Snake Cobra geht Ihnen unter die Haut wie Schlangengift Bei so viel Angst und Schrecken gefriert das Blut in den Adern Harry! Nein! Lass mich los! offsruct 2 Snape Cobra Szene für Szene, grauenhaftes Entsetzen und kaltes Rückenschaudern Snake Cobra Ein Leben lang werden sie diesen Film nicht vergessen. Was hast du mit David gemacht? David! Lass ihn los! David! Snake Cobra